Den Heuernwohns, den Heuernwohns! So, da war er doch! Ja Leute, da sind wir auch schon wieder hier. Und zwar geht es heute um die Aufgabe, wie ich glaube ich schon angedeutet habe, Eliminiere Gegner mit einer Waffe, die irgendein Zielfernrohr hat. Ich habe jetzt zwei gefunden. Einmal die, mit der schieße ich richtig ungern und einmal die, mit der schieße ich richtig gerne. So, deswegen tausche ich die jetzt durch die erstmal wieder aus, auch wenn es eine Legendäre ist. Ja, es geht einfach darum, schnappt euch irgendeine Waffe mit Zielfernrohr, ist völlig egal welche eure Lieblingswaffe ist, ob ihr auch einen Big Sniper annehmen, also die Heavy Sniper, ist völlig egal. Einfach nehmen und ja, dann die Gegner eliminieren. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. So, es hat gezählt, eins von drei. Ah, den kann ich vielleicht aus der Luft raus. Ah, ja, das hat gezählt. So, zwei, drei und dann noch ein... Woh, 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 woh. Ah, verdammt, knapp. Ah, da, oh. Zack, hat gezählt. So, das sind drei, drei gewesen und damit ist die Aufgabe erfüllt. Die nächste Wochenaufgabe. Was ist das? Der arme Typ, das ist hier John Wick. Der wird von mir die ganze Zeit penetriert hier. Hä? Oh, der wird das erste Mal gekillt? Ich glaub's doch nicht. Komm, dafür jage ich den jetzt mal. Jetzt geht das John Wick-Hunting los. Wo ist er? Da ist er da unten. Ich sehe ihn da unten schon. Der habe ich jetzt gehuntet. Da habe ich ihn schon. Da wäre er gewesen. Ah, schade. Okay, das war's auch mit dieser Runde. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video.